Welche Instrumente haben wir da? Vielleicht das erst zu nennende Highlight sind unsere zwei großen Steinway D-Flügel. Neben den zwei Flügeln haben wir auch einen großen Grunds an Drum Equipment. Wir haben unter anderem aber auch ein Vendor Rhodes, wir haben einen Wolitzer, wir haben eine Hammond Orgel inklusive Leslie, Leslie I, alles in Top Zustand. Wir haben eine Celesta, wir haben einen wunderbaren Ampeg Bassamp, wir haben einen Fender Twin Reverb. Wir können aber auch in jedem Fall immer mit euch in Absprache noch schauen, was braucht ihr noch, was müssen wir vielleicht noch zumieten. Wir haben hier lokal ein Netzwerk an Musikerinnen und Musikern, sie können ihre Instrumente auch teilweise für uns verleihen. Wir haben aber auch große Verleiher an der Hand, die gerne alles an den Start bringen, was ihr braucht. Und dann ist es nochmal ein seventiges. Tschüss! Musik Vielen Dank.